Herzlich Willkommen zu Happy Tao. Diesmal ist es kein Let's Play, aber ich würde euch gerne mal was über ein paar Mikrofone erzählen und später auch ein paar Soundchecks dazu geben. Das Ganze handelt hierbei um einmal das Logitech G35 Headset, mit dem habe ich damals als Let's Player angefangen, als YouTuber, Freak Gamer, whatever. Dann habe ich mir irgendwann gesagt, die Stimme ist nicht ganz so cool, wie du so gerne hättest. Also habe ich dann gesagt, ja, dann schaust du mal nach einem Headset und Mikrofon, beziehungsweise nur nach dem Kopfhörer und Mikrofon. Die Überlegung kam unter anderem auch deswegen zustande, weil ich bei dem G35 Headset einfach eine Vollverschalung habe, die ganz gut nach außen abisoliert und ich bin dann einfach mal lauter geworden mit der Stimme. Ja, und dann habe ich halt geguckt. Google, Thomann ist eine Seite, auf der ich ständig irgendwie unterwegs war, weil man findet meistens echt gute Angebote bei Thomann. Und bin aber bei Amazon tatsächlich bei dem Anua 900B gelandet. Das ist das Schwarze. Gibt es auch nochmal ein bisschen günstiger in Silber und Gold, glaube ich. Ist an der Stelle ein USB-Mikrofon und ja, habe es mir dann halt bestellt. Hatte gute Bewertungen gekriegt, war relativ künstlich, war ein Angebot. Habe es dann bekommen, angeschlossen und muss auch sagen, war eigentlich recht zufrieden, war total begeistert. Ich habe das Mikrofon, das Anua 900B zusammen mit einem Tischständer und einem Popschutz bestellt. Die Mikrofonspinne ist schon dabei gewesen und es klang halt auch sehr gut. Das einzige Problem, was mich da gestört hat, war einfach, dass ich ein tiefes Brummen, so ein Grundrauschen drin hatte und meine Stimme doch sehr basslastig wirkte. Also habe ich dann gesagt, da bin ich noch nicht ganz zufrieden mit, habe dann weitergesucht. Also neue Kopfhörer gab es natürlich auch dazu, weil dann nur noch so eine Halbschale oder halboffen und muss sagen, seitdem kann ich wesentlich angenehmer sprechen, ohne meine Nachbarn gleich zu traktieren. Ist auch super. Ja, gesucht, gesucht, gesucht. Dann bin ich an dem Rode NTH1 gelandet. Das ist auch das Mikrofon, womit ich das jetzt hier gerade aufnehme. Das dann bestellt, beziehungsweise bei Ebay Kleinanzeigen dann gefunden von einer Musikerin, die selber ein bisschen Probleme damit hatte, das rauschfrei einzustellen. Und habe es da dann doch recht günstig geschossen, inklusive Ständer, Popschutz und dem ganzen Pipapo und einem Vorverstärker. Wichtig ist halt, dieses Rode NTH1 ist ein XLR-Mikrofon. Das hat halt so ein richtiges Mikrofonkabel und braucht noch so einen Vorverstärker, um dann überhaupt an den Rechner ranzugehen. Und entweder nehmt ihr dafür ein USB-Audio-Interface oder halt, wie bei mir, ist halt ein kleiner Röhrenverstärker mit einem Klingenausgang, das ich dann so in meine Soundkarte direkt einspeisen kann. So, jetzt kommen wir mal zu dem Wesentlichen dieses Video-Audio-Beitrags, und zwar die Soundchecks. Ich möchte ja mal ein Beispiel einspielen, was halt mit dem G35 Headset aufgenommen worden ist. Danach folgt ein Beispiel mit dem Anua-Mik 900B. Und ganz zum Schluss halt das Rode NTH1. Wobei ich auch nochmal sagen muss, das Rode NTH1, müsst ihr mal aufpassen, wie ihr es einstellt. Ihr könnt halt bei den Anua-Mikrofonen auch sehr viel einstellen, alles so ein bisschen Konfigurationssache. Aber wenn ihr halt an der Niere vorbeiredet, dann klingt ihr ja auch ein bisschen scheiße. Okay, hier die Beispiele. So, das an der Stelle ist jetzt der Vergleich mit dem Logitech G35 Headset. Dieses Headset habe ich zum Game-Mod benutzt, ist sehr gut. Die Stimme klingt hier etwas verfälscht. Und ein stiller Vergleich folgt später dann ja auch nochmal. So, dies ist der Test mit dem Anua-Mik 900B. Das ist jetzt einmal meine Stimme. Und jetzt zum Vergleich nochmal das stille Rauschen, was wir bei diesem Mikrofonen haben können. So, das ist jetzt hier der Test von dem Rode NT1A-Mikrofon. Ich habe das Ganze hier, wie gesagt, auf einem Ständer stehen. Es ist hochgradig empfindlich, aber dafür auch sehr gut zu konfigurieren an verschiedensten Stellen. Damit sind wir erstmal mit den verschiedenen Soundchecks durch. Ich werde gleich nochmal etwas verstärkt auch einfach nur stiller aufnehmen. Das heißt, ich werde nicht reden. Es sollten keine Geräusche in die Mikrofone reinkommen und diese dann wieder vergleichen. Die Reihenfolge ist da wieder dasselbe. Das G35 Headset, das Auna-Mik 900B und danach das Rode NT1A. Es gibt, werdet ihr wahrscheinlich auch sehen, bei dem G35 ein sehr hochtonrauschen. Bei dem Auna-Mik 900B ein basslastiges Rauschen. Und bei dem Rode NT1A kann man sich verkonfigurieren. Dann hat man auch Rauschen dabei. Dadurch, dass das Mikrofon sehr sensibel ist. Aber im Idealfall ist man komplett rauschfrei. Das waren jetzt die stille Vergleiche an der Stelle. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen deutlich gemacht, welches Gerät vielleicht für euch interessant ist. Es gibt natürlich auch noch super viele andere tolle Geräte am Markt. Es gibt auch noch irgendwie so ein Yeti-USB-Mikrofon, was angeblich auch sehr rauscharm sein soll. Kann ich leider nichts zu sagen, da ich es nicht hier habe. Ich habe euch jetzt einfach nur mal gezeigt, was ich hier an Möglichkeiten ausprobiert habe. Und mein Fazit, das Rode NT1A ist einfach ein super, super Mikrofon, mit dem man auch ein bisschen rumspielen muss. Und gerade in Verbindung mit einem USB-Interface, also USB-Audio-Interface oder einem Röhrenverstärker, wie ich es jetzt hier habe, super Gerät. Das G35 per se ist halt ein sehr, sehr komfortables Gerät. Man hat einen guten Sound, man hat eine gute Stimmenaufnahme, man braucht nicht viel einstellen. Man kann halt ein bisschen Rauschen dabei haben. Ich finde, ich klinge so ein bisschen nasal-kehlig bei den Aufnahmen. Das hat mich halt immer gestört. Dementsprechend die Suche nach neuen Aufnahmemöglichkeiten. Das AUNA-MIG 900B ist persönlich für mich ein sehr, sehr schönes, sehr gut verarbeitetes Mikrofon. Sieht total klasse aus. Hat für mich aber eine sehr basslastige Aufnahme. Also wenn ich noch mit dem Equilizer arbeiten würde, wäre das wahrscheinlich auch ein super Gerät. Und das Grundrauschen kann man auch rauskriegen, wenn man viel arbeitet, viel Energie noch in die Nachbearbeitung der Aufnahmen stecken möchte. Ist das auch eine super Sache. Für den Preis auf jeden Fall super angemessen. Mein Favorit bleibt aber tatsächlich ein richtiges XLR-Mikrofon, in dem Fall das Rode NT1A mit einer entsprechenden Verstärkung dahinter. Und jetzt nochmal kurz zu ein paar Tipps. Wir haben jetzt bei dem G35 und bei dem AUNA-MIG Grundrauschen gehabt. Dieses Grundrauschen kann man tatsächlich sehr stark runterregulieren, indem man sagt, man geht in die Windows-System-Sound-Einstellung und sagt, man möchte gerne das Input-Signal von dem Mikrofon, also den Pegel, recht weit runterregulieren. Durch verschiedene Service-Packs bei den Windows-Versionen und durch verschiedene Betriebssystem-Arten müsst ihr selber mal ausprobieren. Ihr könnt es halt sehr, sehr weit runterregeln, sodass eure Stimme klar und deutlich aufgenommen wird, ohne etwaiges oder mit sehr geringem Grundrauschen. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, müsst ihr bloß überlegen, okay, jetzt habe ich hier die Aufnahme, die Stimme ist aber für zum Beispiel Let's Plays sehr leise. Dann müsst ihr das im Nachhinein nochmal wieder künstlich hochziehen. Hat den Vorteil, ihr könnt eure Stimme sauber hochziehen, habt aber kaum Rauschen, was ihr verstärkt. Das heißt, die Qualität an sich ist da schon mal ziemlich gut. Ich sage mal, für jemanden, der gerade anfängt oder einfach das Geld hat oder ausgeben möchte, ist das G35-Headset oder auch einfach das Anua-Mig eine super Wahl. Wobei ich bei dem Anua-Mig sagen würde, für weibliche Stimmen ist es dann doch eher empfehlenswert, weil einfach die Männerstimmen doch sehr, sehr tief rüberkommen können. Und wenn ihr nicht gerade irgendwelche Grusel-Horror-Schocking-Videos kommentieren wollt oder irgendwelche romantischen Sachen fabrizieren wollt, ist es vielleicht nicht immer so ganz passend, dass man so eine tiefe Kuschelstimme hat. Ja, bei dem Rode NT1-A gibt es eigentlich eine ganze Menge Einstellungsmöglichkeiten. Das fängt bei der Technik an. Ich habe jetzt hier ein Tube-Amp, XLR-Mikrofon mit Großmembranen. Da kann man halt an der Stelle so sagen, Technik muss ich halt hier und da überhaupt jetzt mal gucken. Was nutze ich? Empfehlung von einem Kollegen, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Großmembranen-Mikrofon ist tendenziell auch ein bisschen basslastiger. Kleinmembranen heißen die Dinger, glaube ich. Die sind so ein bisschen besser geeignet für die Stimme zum Aufnehmen. Wenn ihr noch ein paar andere Sachen mitmachen wollt, ist ein Großmembranen wieder ziemlich gut dabei, weil der Frequenzbrech ganz gut abgedeckt wird. Empfehlung ist da auch an der Stelle ein USB-Audio-Interface zu nehmen. Am besten mit so einem kleinen Mischpult mit bei, dass man da schon mal sich selber dann auch vorab regeln kann, bevor man überhaupt erstmal auf die digitale Schiene am Rechner rutscht. Ich habe jetzt hier einen Tube-Amp, das heißt einen Röhrenverstärker mit Vorverstärker gedönst und kann hier an der Stelle auch schon sagen, ich kann das Eingangssignal und das Ausgangssignal des Verstärkers manuell regeln, bevor es überhaupt an den PC kommt. Da kann man halt auch ein bisschen rumstellen, dass man sagt, man macht das Eingangssignal ein bisschen leiser, dementsprechend nicht ganz so störanfällig, macht das Ausgangssignal ein bisschen stärker, sodass man das dann wieder deutlich hören kann. Hat den Vorteil, wenn man nachher irgendwie am Rechner angekommen ist, hat man kein Rauschen, man kann mit einer lauten, deutlichen Stimme arbeiten. Und noch eine kleine Sache zum Schluss. Das AUNAMIC und das Rode NT1A zum Beispiel haben eine Nierencharakteristik, das heißt, ihr müsst auch immer gucken, dass sie von der richtigen Seite reinsprecht. Ansonsten klingt es immer ein bisschen komisch. Ich habe jetzt gemerkt beim Vorbereiten der Videos hier, dass meine Stimme manchmal so ein bisschen abflacht. Das liegt einfach daran, weil ich so leicht schräg in das Mikro manchmal reinspreche und dementsprechend einfach die Nierencharakteristik sagt, eigentlich bist du nicht die Hauptsoundquelle. Klingt ein bisschen komisch, ist ein bisschen übungsbedürftig, aber die Qualität kann da halt sehr gut stimmen. So, im Endeffekt ist es jetzt euch überlassen, was ihr euch da selber zulegt, wenn ihr euch ausrüsten wollt und sagen wollt, wir wollen ein bisschen professionelles Equipment haben. Schaut euch einfach mal um. Es gibt, glaube ich, auch so ein Behringer Xylo, Xylo, Xylo irgendwas. Ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt. Vergebt es mir. Das ist so ein kleines USB-Audio-Interface, wo man sogar die Stimme noch mit, ich glaube, vier Frequenzreglern anpassen kann, sodass man sagen kann, okay, hey, ich bin mir zu tief. Ich regle so ein bisschen die Tiefen raus. Oder ich möchte gerne so ein bisschen klarer an den Höhen sein. Ich gebe noch ein bisschen an den Höhenfrequenzen nach. Da kann man dann auch noch relativ viele schöne Sachen mitmachen. Ist aber ein Audio-Interface, mit dem ich jetzt selber noch keine Erfahrung habe. Soll aber an sich auch besser sein. Ich arbeite mit einer internen Soundkarte, Onboard. Ist auch nicht unbedingt Mittel der Wahl. Bei mir kommt sicherlich irgendwann nochmal ein USB-Audio-Interface nach. Im Moment ist einfach auch das Geld knapp. Es war einfach mal ein Versuch. Dementsprechend ist das jetzt die Qualität, die ich hier habe und werde damit noch ein bisschen rumarbeiten, rum experimentieren, mich einlesen und so weiter. Ich hoffe, euch konnte dieses Hörbuch, in Anführungsstrichen, ein bisschen weiterhelfen, eure Entscheidung zu fällen. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Happy Town.